Hey Karin, es ist endlich öffentlich. Ich habe keine Kosten gescheuert und einen guten vierstelligen Betrag in eine Reihe investiert, um endlich ein für allemal Licht ins Dunkle zu bringen, was deine Größe betrifft. Ähm, ich werde es nicht anklingen. Danke für die 3 Euro, Pammerbuch. Ah, okay, ich klicke es an. Ey, weiß jemand so richtig, wo mein Handy ist? Äh, im Auto? Ne, das war gerade noch hier. Es ist sicherlich im Auto. Ich habe es sicherlich im Auto noch liegen. Gucken wir? Naja, nee, wir hoffen einfach. Ja, hol mal den Router da, so du dann, wenn du schon da bist. Dankeschön. Okay, aber Tim geht gucken, Chad.